Yo Leute ich bin wieder zurück im Endeffekt mit Star Wars Republic Commando Ich spiele heute mal ein bisschen weiter, weil ich irgendwie Bock habe und ich muss natürlich auch mal weiterkommen Also da ist doch jetzt mal gerade die richtige Gelegenheit dazu Vor allem weil ich noch eine Folge aufnehmen muss Und ja wie gesagt Jetzt ist gerade die Möglichkeit Was ist denn hier oben los? We need sniper cover, pack it up Delta Find a way to get him out of there Looks like there's a control panel at the end of the catwalk We need to get over there and close the blast doors on these windows Ah 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 Wah Oh 7's down Wo ist der? Na klar Den muss man natürlich zuerst ausschalten Mit dem Gewehr Hier Irgendes Stück irgendwas zwischen den Zähnen hängen Wo ist der andere die? Dann mach ich das hier mal Dann mach ich das hier mal Ich kann ja jetzt nicht mehr unendlich viel von rechts kommen Warte ein wenigen Sekunden Bye bye Bist du Tafo? Das ist ne gute Frage ne? Ich hab keine Ahnung wer von diesen ganzen Wucken Wucken Von diesen ganzen Wucken hier der Tafo ist Wir brauchen den Komando zurück Delta Hm Warum macht er das nicht? Sonst Sonst war er Mach ich selber Ja Ja ihr könntet man alle ein bisschen Bacta Usen Und du auch Und dann ich Und dann sind wir alle wieder geheilt Ist das nicht schön? Wir sind eine tolle geheilte Familie Heile Welt Juhu Oh cool Was sind das für komische Turbinen? Interessant Da müsste man mal nachlesen Was das ist So Aber jetzt wollen wir erstmal zum Rendezvous Punkt kommen Mal kurz Zwischenspeicherung Wir müssen sie Weinen kann dass sie passiert war doch gar nicht also eine bombe die ich nicht gesehen habe oder leider keine ahnung was ist los auch auch Schnell den Dude hier wiederbeleben. Da hinschicken. Während ich mir hier was gönne. Kann man den Dude hier hinschicken. Gibt's doch nicht. Danke. Lass mich bitte nicht killen. Gibt's doch nicht. Danke. Lass mich bitte nicht killen. Kante Scheiße. Was geht denn hier ab? Einer von euch. Okay. sehr gut hat also doch noch irgendwie funktioniert obwohl ich die ganze zeit tot auf dem boden lag also nicht ganz tot aber halbtot zumindest tja die ganzen wookies die hier getötet wurden ist ja richtig mies tun mir voll leid wenn ich ein bisschen schraube ich war ob da kam die ganze zeit granaten von draußen ja wo sind wir denn hier ach muss ich den speichern und oh was weiß ich nochmal lesen kann search and destroy a major confrontation with separatist forces is now inevitable the two factions are advancing on one another preparing for an all-out battle oooh nicht von ihm ach dafür konnte ich gar nicht mit schade obsessisti das wird um ich das ist ja im wine и w w w w w Der war halt wirklich no problem. Ah, hier kommt wieder das tolle Lied, wo man die ganze Zeit reden muss, damit man keinen Copyright Claim bekommt. Äh, ich hab natürlich jetzt schon wieder viel zu lange leise gespricht, deswegen ich natürlich einen Copyright Claim bekomme. Einmal kurz den guten Boy hier abknüllern, aber das hat auch so geklappt. Wie ist das? Wie ist das? Wie ist das? Wie ist das? Wie haben sie den Spider-Droid in den hier? Sie müssen ihn in unabhängen. Spider-Droid. Wie ist das? Sie werden die Tanks mit guter Beispone machen, wenn sie die Blut werden. Warum kriege ich den Schaden davon, wenn ich den abkomme? Schwarz, in Position! Take them out from there, Delta! Yes, Sir! In Position, good to go, Sir! Throwing Charge! Watch my blast, Squad! Easy peasy. Einfach immer nur so lange Explosionskörper draufballern, bis das Teil in den Bach runtergeht. Ganz einfach. Ganz einfach. Blast! Get that Wookiee out of the fire area! Okay. You tell him to retreat, Fixer. Uh, negative on that. I got some damage here. There you go, boss man. Destroy, Destroy! I got some damage here! I got some damage here, Fuhr! Oh, good! Use some- God, yes, sir! Uh, uh! I'm concerned. Oh! You spotted, Winner. Initiate benötete, Siege Lamse. I'm on it! On my way, Squad Leader! Attrib evident, backup. gut und dann war es das auch für diese episode leute wenn es wieder gefallen lasst den daumen nach oben wir sind es im nächsten video wieder schaut die anderen videos aber nicht den kanal keine ahnung alles klar